Guck mal, Knastbruder! Was machen die da? Fingerringereihe Sind wir Kinderdreie Sitzen unterm Hollerbusch Schreien alle Husch 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 Was war das denn so wieder? Aha Ach! Pass doch auf, du Idiot! Einer war so mal der Bist Einer war so mal der Bist Hui Frau hat mir die Geschichte dieses Orts erzählt Vor 300 Jahren befand sich ein puritanisches Dorf auf dieser Insel Drei junge Mädchen bezichtigten Dorfbewohner im Bunde mit dem Teufel zu sein Es gab Scheiterhaufen Ich glaube hier geschah es Sie hatten Angst vor dem Bösen im Innern Aber sie sahen den wahren Feind nicht Das stimmt Sehen wir uns mal an jetzt Ganze Eben hatten wir ja da Ort der Hexenverbrennung Im 17. Jahrhundert gab es auf Carnet Island ein kleines puritanisches Dorf namens Goodsmouth Aus bis heute ungeklärten Gründen beschuldigte ein 13-jähriges Mädchen 1861 einige der Dorfbewohner der Hexerei Zusammen mit zwei seiner Freundinnen bildete das Mädchen ein tragisches Trio Das für die Verbrennung von elf Menschen verantwortlich war die alle unweit von hier begraben wurden Kurz nach der Verbrennung verschwanden die drei Mädchen auf mysteriöse Weise Dies ist der Ort an dem die schrecklichen Verbrennungen stattfanden Ach du meine Güte die sind einfach verschwunden diese Mädchen War bestimmt die Ausgeburt der Hölle Mhm Wie immer, ha? Tork! Hier drüben! Jaa So, warum sind wir jetzt da lang gelaufen? War keine Abkürzung, oder? So, das ging was schnell, die haben wir schneller wie ich zusammen Einfach mal problemlos erledigt Wo laufen wir denn hier lang? Oh nein Häftling, ich denke nicht Ich gehe nicht in diese Höhlen hinein Geh du, wenn du willst Ich warte hier draußen Okay Oh Warum sollte ich hier nicht reingehen? Mal gucken was hier passiert Jetzt müssen wir wieder Besuch Okay, wo soll ich denn hier hin? Wo sind... Ha Sind wir jetzt hier, wo wir schon mal waren? Wir sind wieder bei Fort Malleson Wir können mal... Hier haben wir schon mal Stimmen gehört beim letzten Mal Ist das hier? Aber macht gar keinen Sinn, hier kommt man ja raus Macht ja gar keinen Sinn eigentlich, ne? Aber... Was haben wir hier für Viecher? Was macht ihr denn hier? Hallo? Hey, was machst du hier? Du hast gesagt, niemand würde uns hier finden Psst, seid leise Wer bist du? Keine Sorge, wir sind noch sicher vor den... Mädels Du hast die Kreaturen nicht hierher geführt, oder? Wir haben auf sie gewartet Ach, scheiße Ich dachte, wir wären in Sicherheit Ich hasse diese Dinger Richtig tief Richtig tief in der Scheiße Aber wer bist Oh, was hast du getan? Oh nein, die auch noch! Nein, die auch noch! Hör nicht auf zu rennen! So? Oh... Nein! Verdammt, jetzt wurde ich getötet Was kommt denn da noch alles für Viecher? Ach du Scheiße, was kommt denn da alles, ey? Nein, ich hole dieses hier Die da retten, die drei da Aber wir sind da anzustellen Hab doch gar nichts mehr! Haben Flammehafer Vielleicht brauche ich den hier Vielleicht ist das denn die Lösung aller Probleme Oh, ich kann doch mit Flammehafer gegen flammende Mädchen schießen Das bringt ja nichts, oder? Hey! Was machst du hier? Du hast gesagt, niemand würde uns hier finden Oh... Seid leise Wer bist du? Keine Sorge Wir sind noch sicher vor den... Mädels Du hast die Kreaturen nicht hierher geführt, oder? Oh... 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 Scheiße! Okay Du hast sie hier reingebracht, Arschloch! Oh... Glück gehabt! Ich hasse diese Dinger! Boah... Oh... Ich komme gar nicht weg her! Oh... Ich komme gar nicht weg her! Boah... Ich komme nicht weg! Mann! Ich habe diese blöden... Ich habe diese blöden... Ich habe diese blöden Ratten erwischt, ey! Da ist auch irgendwo noch eine andere Inferner Wie mache ich das am besten? Ich brauche da am besten... Die... Was habe ich da noch? Ach, die Granaten! Aber ich glaube, die sind besser! Nicht gegen diese anderen Mädel, nicht gegen die Mädels, aber gegen diese anderen Viecher! Alter, wir kommen da alles! Ich muss das irgendwie schaffen! Was machst du hier? Ja... Du hast gesagt, niemand würde uns hier finden! Pssst! Seid leise! Wer bist du? Keine Sorge! Wir sind noch sicher vor den... ...Mädels? Ja, klar! Du hast die Kreaturen nicht hierher geholt, Bruder! Ja, super! Ich dachte, wir wären in Sicherheit! Er ist verrückt! Nein! Wir werden es nicht schaffen! Was zum Teufel bist du, Mann? Wir werden es uns runtergegeben! Hör nicht auf zu rennen! Na das! Du hast mich hierher eingebracht, Arschloch! Tut mir leid, Leute! Du! 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 Okay, wo ist er? Super! 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 Das habe ich jetzt hier vor! Verdammte Scheiße! Kommt über näher! Oh! Nur aufpassen! Da ist noch... noch welche! Er ist verrückt! Boah! Sorry! Was soll ich hier machen? Wie kommt ihr davon denn? Nein! Wie kommt denn da? Was ist das jetzt? Ne, der ist jetzt da tot oder was? Was sind diese Dinger? Noch einer! Oh mein Gott, was hast du getan? Da sind die Toten oder was? Hier noch wer? Nicht aufzurennen! Ich glaube die haben Angst vor mir, weil ich die jetzt einmal beschlossen habe. Aber wie soll ich das denn anstellen hier? Ich dachte wir wären in Sicherheit! Ich muss mal gucken, was es hier so gibt. Gibt es hier irgendeine Munition? Ist die Frage. Und da bist du? Kommen die alle her? Wie bin ich hier überhaupt? Was ist das? Was ist das für Viecher? Wo kommen die hier noch her? Wo bin ich hier überhaupt? Du hast sie hier reingebracht, Arschloch! Ist ja gar nichts. Wo bin ich hier? Was muss ich hier machen? Scheiße! Er wird uns aufbringen! Ich hab die uns jetzt von Feindlich und Feindlich gesonnen, weil ich die auch auch die geschossen habe. Muss ja nochmal machen. Habs aber eh nicht geschafft, alle zu retten. Das will ich auch. Wie mach ich das? Am besten mit Dynamiestangen werfen. Irgendwie, ne? Irgendwie rauszuf... Aber hier ist ja gar nichts. So ist das gut. Kommen zwar nicht alle die Feinde her, aber... Wieso halt die... Ich frag mich grad, wie ich die alle erledigen soll. Da kommen wir ganz schön jede Menge von denen, ne? Hm. Hallo? Hey! Was machst du hier? Du hast gesagt, niemand würde uns hier finden! Psst! Seid leise! Wer bist du? Keine Sorge! Wir sind noch sicher vor den... Mädels? Du hast die Kreaturen nicht hierher geführt, oder? Leider doch. Spiegel! 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 Boah, ich seh nix mehr! Oh, ich seh nix mehr! Hör nicht aufzurenen! Hör nicht aufzurenen! Komm schon! Nein! Oh! Oh! Habt ihr mich? Oh du bist! Ok. Okay. So. Einander Mist. Okay. Wo ist der dritte von euch? Wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Ha. Wo soll der dritte? Irgendwo muss der doch wieder liegen, muss er wieder verschwunden. Wie war die Missionen hier, ha? Wo ist der? Wo ist der dritte abgeblieben von denen? Ich seh nur, ich seh keine Leiche. Muss ich das nochmal machen? Versuch's auch nochmal, glaub ich. Aber die sind nur zu zweit hier, wo ist der dritte abgeblieben von denen? Wo liegt der hier im Wasser? Aber die haben jetzt nicht reingeschleudert, eben, mit meiner Granate? Nee. Das muss doch irgendwie möglich sein, dass du es schaffen. Ich will das schaffen, deswegen mach ich das jetzt auch. Meine Güte, kann mir nicht so schwer sein. Hallo. Du hast gesagt, niemand würde uns hier finden. Psst. Seid leise. Wer bist du? Keine Sorge. Wir sind noch sicher vor den... Mädels? Du hast die Kreaturen nicht hierher geführt, oder? Wir haben auf Sie gewartet. Wir sind böse. So. Du hast sie hier reingebracht, Asho. Wir werden es nicht schaffen! Ja. Komm her. Ja, komm her. Oh mein Gott, was hast du getan? Weg! Oh, okay, komm her. So. Ja, häh? Was willst du? Oh, hab mir seh. Komm schon, ey. Noch eine. Was das? Danke, dass du die Dinge erledigt hast, Mann. Aber ich bleib hier. Wo ich sicher bin, in Ruhe. Hast du uns was umgebracht, du Tumor-Wixer? Wir haben sie geschafft. Gott, bin ich... Jetzt haben wir eine ordentliche Versuche. Das haben wir auch hingekriegt. Warum ist die jetzt hier einfach gestorben, eben? Habt ihr ja nicht mal getroffen? Hat die sie selbst angezündet? Ja, was ist das so? Daher haben wir jetzt noch weniger Munition als vorher. Wir sind ganz schön am Arsch hier. Jetzt haben wir sie mal richtig hingekriegt. Hat wieder ein paar Minuten gedauert. Aber das hat zum Spiel auch dazu. Wollen wir mal viel zu schlagen. Und dann noch mal versuchen und noch mal versuchen. Wir haben es geschafft jetzt, die zu retten, die drei. Leider darauf nehmen die nicht mit uns mit. Aber mir egal. Was macht der hier? Freue mich. Was ist denn tot? Der ist doch schon tot eigentlich. Da bringt mir eigentlich nicht mal was hier rumzulaufen, ne? Wo ist das jetzt hier gut, dieser Gang hier? Hiss! Hier noch irgendwo einer. Also, das geht's doch nicht mehr. Was ist denn da? Der steht wohl nicht mehr auf. Tüttter doch! Wir sollten hier verschwinden! Zwar so schnell wie möglich, lange damit wir das nicht genannt haben, ist nämlich klapp hier. Wozu war jetzt diese Kammer jetzt eigentlich gut? Frage ich mich. Ich frage mir die ganze Zeit wozu ich diesen Flammerverein gebrauche. Ja, hab ich hier die ganze Zeit, brauche ich nur nicht. Weil ja gegen flammenden Mädchen nichts gegen einen ausrichten kann. Mit dem Flammenwerfer. Wir müssen aber hier wieder rauskommen aus dieser... Ah, komm hier raus. Ich frage, wo gehst du hier raus? Da, glaub ich. Ne, komm hierher. Wo muss ich da lang? Gott, wie verwirrend, wie das alles ist hier. Da geht's raus, ja, da geht's raus. Hallo, ich hab's geschafft. Was lange, hoffen wir mal rein. Jetzt wird es halt ja auch nichts los. Ich bin ganz schön am Arsch, was Munition angeht. Ich muss noch mal hierher, ich muss noch mal meine Vorräte auffüllen. Wenn es überhaupt noch Vorräte gibt. Batterien gibt es hier. Oh, hier gibt's was, ja. Ja, das ist immer besser. Ich mein, besser als gar nichts. Ich komm ja schon. Besser als gar nichts. Hab ich überhaupt noch... Ah, ich hab noch... das sind Molotov-Cocktails, gut. Besser als auch nichts. Das wären ja die Leuchtteile gewesen, aber... ...hätten ja noch... ...hätten ja noch Blendgranaten. Hier entlang. Vamonos. Verdammt. Sieh doch, der Strom ist an, aber das Leuchtsignal dreht sich nicht. Der Leuchtturm ist alt und heruntergekommen. Halb hinüber. Aber du musst ihn reparieren. Ich halte hier draußen Wache. Du gehst rein. Okay. Alles klar. Keiner hier drin. Muss ich jetzt doch nochmal da hoch, hm? Puh, was war ja wieder ein Trip hier. Fangen so viele in diesen Höhlen, ey. Hoffentlich hat sie auf diese drei Dinge abgesehen. Oh, dann müssen wir das wohl machen. Hey, hört ihr mich? Der Leuchtturm muss richtig in Funktion sein, damit das Rettungsboot anlegen kann. Wir arbeiten dran. Jetzt geht's. Zwei. Rettungsboot ist unterwegs. Treffen am Dock. Bauer an. Jetzt geht's wohl. Wir haben's geschafft. Wir können nicht hier weg von dieser scheiß Insel. Haben wir auch schon alle Gegner erledigt. Licht dreht sich und ist jetzt voll sichtbar. Wir laufen ein. Wir treffen unseren Dock. Over. Ich meine, wir... Ich meine, wir haben schon alle bösen Geiste erledigt hier auf dieser Insel. Wir können ja langsam mal hier weg können und kommen, ne? Also... Ich hab nur keine... Ich hab nur immer noch keine... Oh, da gibt's auch noch Munition. Wichtiges Papier? Was für wichtiges Papier? Wichtiges Papier. Was sagt mir das? Notsignal erhalten. Leuchtturm Funktionär. Rettungsboot unterwegs. Treffen uns am örtlichen... Ne, am östlichen Dock. Küstenwache Prometheus. Das ist cool. Wir kommen eigentlich mal weg. Von der Insel. Ja, hallo. Das Licht funktioniert. Jetzt kann die Küstenwache kommen. Muchas gracias, Torc. Du hast dich bewährt. Ich denke immer noch, dass Häftlinge abschauen sind. Aber du vielleicht etwas weniger. Sie? Komm, jetzt können wir uns auf den Weg in die Stadt machen. Ja. Da sollte man aus dem Dock kommen. Puh. Wir kommen endlich mal weg. Die Straße ist abgesperrt. Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen können, aber wir müssen einfach. Es ist nicht nur Erbot. Es ist die ganze Insel. Es ist eine Ansammlung von menschlichen Gräueltaten. Die Leute kommen hier hin. Sie tun Dinge, die sie vielleicht sonst nie tun würden. Böse Dinge. Aber du... Du bist anders. Du bist das Ass im Spiel. Ich werde nicht vergessen, dass du mich befreit hast. Ich schulde dir was. Und nun geh. Geh und finde heraus, was für ein Mann du bist. Aha. Der lebt noch? Ich dachte, er wäre endlich die Tür. Was war das? Blitze? Hat uns fast getroffen. Naja. Wenigstens kommen wir jetzt durch die Absperrung. Komm schon. Er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn also nicht gesehen. Er hat ihn also nicht gesehen. Er hat ihn also nicht gesehen, aber wir. Okay. Er rennt jetzt schon weg und das lass ich lieber nicht. Das will ich verhindern. Deswegen haben wir den nächsten Level erreicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem hier. Auch wenn wir teilweise hier hängen geblieben sind. Ich weiß, weil ich es perfekt machen wollte. Also spiele ich ihn mal. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt euch in den Kommentaren unten an die Bewertungen. Und damit... Danke fürs zu sehen. Und bis... Zum nächsten Mal!